Merken Sie sich folgendes Datum. So, jetzt mal bitte Bleistift und Papier bereitlegen oder Sie nehmen Ihren Online-Kalender, den Sie regelmäßig nutzen. Und dann notieren Sie sich doch mal bitte folgenden Termin. 13. bis 14. März 2024. Dauert gar nicht mehr so lange und dann findet die nächste Fintech World 24 statt. Nach der grandiosen Premiere in diesem Jahr, gar nicht so lange her, haben wir eine neue Location gefunden, das Motorwerk in Berlin. Wir legen noch ein paar Quadratmeter drauf. Wir wollen nicht nur 100, sondern 150 Fintechs präsentieren, bis zu 150 Fintechs präsentieren und freuen uns natürlich auf Aussteller, Partner und auch Teilnehmer. Es gibt einen Frühbucher-Rabatt. Der ist begrenzt diesmal nicht auf eine Zeit, sondern auf 100 Tickets für Mitarbeiter von Banken und Fintech-Startups und 20 Tickets für externe Dienstleister. Also auf die Plätze, fertig, los. Sichern Sie sich eines dieser Frühbucher-Tickets, melden Sie sich rechtzeitig an. Wir wollen die Teilnehmerzahlen natürlich nochmal ein Stück erhöhen. Bin gespannt auf Ihre Rückmeldung zur Fintech World 24. Gehen Sie mal auf bankenclub.de, da stehen alle Informationen. Und wenn Sie irgendwie Fragen haben, mitwirken wollen, dann sprechen Sie mich gerne jederzeit an. Jetzt wie immer, schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss hier im Fahrstuhl.